Obwalden hat manchen interessanten Parlamentarier nach Bern geschickt, aber noch nie eine Frau. Das soll sich nun ändern, dank der SVP. Ausgerechnet am Tag des Frauenstreiks lanciert sie eine aussichtsreiche Kandidatin. Diese ist gegen Gleichstellungsbüros aber für günstige Krippentarife. Der Kanton Obwalden hat bisher zwölf Ständeräte nach Bern entsandt und 17 Nationalräte. Die männliche Form ist absolut ausreichend, es waren tatsächlich nur Männer. Auf der Liste der Nationalräte findet sich zwar der Name Maria Oramat, doch dahinter verbirgt sich ein Mann. Er hieß eigentlich Josef Maria oder Matt von 1867 bis 1950 und war offenkundig eine richtige Saftwurzel. Bauer, Regierungsrat und Charakterkopf temperamentvoll und unangepasst. Aus den 1940er Jahren sind im Staatsarchiv aktenkundig eine Beschimpfung von Militärpersonen, die Nichterfüllung. Der kriegswirtschaftlichen Anbaupflicht sowie eine Beleidigung von Bundesrat Walter Stampfli im Bahnhof Buffet Luzern. Ein anderer Obwaldener Nationalrat schaffte es in den Bundesrat. Ludwig von Moos wieder ein anderer wurde Präsident der CVP Adalbert Dürrer. Aber eben keine Frauen. Das liegt natürlich auch daran, dass Obwalden nicht nur im Nationalrat, sondern als Halbkanton auch im Ständerat nur einen Sitz zu vergeben hat. Neben Obwalden gibt es aber nur drei Kantone, die noch nie eine Frau nach Bern delegiert haben. Zugt Glarus und Terpenzeline erhoden. Zumindest in Obwalden soll sich das ändern. Zum ersten Mal kandidiert im Oktober eine Frau für den Nationalrat, Monika Rüegger, Präsidentin der kantonalen SVP. Ihre Kandidatur wurde am Freitagabend am Sommeranlass der Partei in Alb nach offiziell bekannt gegeben. Das Timing ist zwar völlig zufällig, wie in der Partei betont wird, aber es passt perfekt ausgerechnet die SVP schickt am Tag des nationalen Frauenstreiks, mit dem die Partei wenig bis nichts anfangen kann, die erste Obwaldenerin auf den Weg ins Bundeshaus. Rüegger hat laut Kellnern der regionalen Polizszene gute Chancen, gewählt zu werden. Der bisherige Nationalrat Karl Vogler von der CSP, der sozialeren Variante der CVP, tritt nicht mehr an. Die anderen bisher bekannten Kandidaten sind allesamt Männer, der Berufsfachlehrer Marco de Koll von der FDP sowie der Winzer Peter Krummenacher von der CVP. Für SVP-Kandidatin Rüegger spricht, dass sie im Kantonsrat, dem sie seit zehn Jahren angehört, Erfahrung als Parlamentarierin gesammelt hat. Zudem kann sie regionalpolitisch punkten, sie lebt in Engelberg, dem touristischen Zentrum des Kantons und einer der wohlhabenden Gebergemeinden. Wenn Rüegger im Gespräch betont, es wäre seit über 30 Jahren das erste Mal, dass Engelberg endlich wieder im Nationalrat vertreten ist, dann klingt es fast so, als wäre ihr dies wichtiger, als die Aussicht, die erste Obwaldenerin in Bundesbern zu sein. Sie sei halt keine Frauenrechtlerin, sagt sie. In der Tat, einst hat sie einen Antrag lanciert, der letztlich zur Abschaffung des kantonalen Gleichstellungsbüros führte, nicht weil sie gegen Gleichstellung sei, wie sie beteuert, sondern weil sie findet, dazu brauche es heute keine staatliche Institution mehr. Wir Frauen können das selber durchsetzen. Dass die Frauen am Freitag streikten und Lärm machten, störe sie zwar nicht, aber es ist einfach nicht meine Artikel. Ich finde, wenn etwas ungerecht ist, muss man nicht auf die Straße gehen, sondern sich direkt zur Wehr setzen, notfalls auch rechtlich. Als Schweizerin sei man dazu zum Glück in der Lage. Monika Rüegger ist gelernte Metallbauplanerin. Ihr Mann ist voll erwerbstätig, sie arbeitet zur Zeit mehrheitlich daheim, ist Mutter von vier Kindern und Hausfrau. Warum ist sie der SVP beigetreten? Weil die Partei in der Innerschweiz geerdet, pragmatisch und bescheiden sei und sich einsetze für einen schlanken Staat und Eigenverantwortung, so wie bei uns früher die CVP. Die Frau aus Engelberg ist nicht einfach zu fassen. Einerseits hat sie dagegen gekämpft, dass der Kanton Obwalden die Gemeinden zwingt, Angebote für die außerfamiliäre Kinderbetreuung aufzubauen. Andererseits setzte sie sich in Engelberg, wo es solche Angebote gibt, mit einer Initiative dafür ein, dass die Gemeinde die Tagesansätze für die Eltern stark reduziert, weil sie das Tarifsystem als überrissen teuer erachtete. Ist das nicht SP-Politik? Mir geht es nicht um Parteipolitik, sondern um Lösungen, die Hotels und Bahnen in Engelberg fänden. Nur genug Angestellte, wenn diese die Kinder zu tragbaren Preisen betreuen lassen könnten. Eine SVP-Nationalrätin, die sich für günstigere Krippen einsetzt. Womöglich stehen im Bundeshaus nebst dem Einzug der ersten Obwaldenerin noch weitere Premieren bevor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017